Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich wie angekündigt das Abschlussdokument der vergangenen Weltsynode in den Blick nehmen. Ich habe etwas länger gebraucht, um Ihnen diesen Kommentar hier auf YouTube zu veröffentlichen, vor allem aus technischen Gründen. Irgendwie ist da Wurm drin, wenn es um die Weltsynode geht. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen sabotiert auf einer bestimmten Ebene und deshalb, aber ich lasse mich nicht verunsichern und sitze jetzt hier und bin froh, endlich darüber sprechen zu können, nachdem meine ganzen Unterlagen plötzlich einfach verschwunden waren und ich von vorne beginnen durfte mit der Vorbereitung. Dieses Arbeitsdokument ist zunächst einmal auf Italienisch und auf Englisch erschienen, also in einer offiziellen Übersetzung. Mittlerweile gibt es auch eine Arbeitsübersetzung auf Deutsch, die allerdings nicht ganz so optimal sein soll, die wohl vom italienischen Original an manchen Stellen und vor allem auch an wichtigen Stellen etwas abweicht. Ich habe das jetzt im Einzelnen nicht miteinander verglichen, denn das war gar nicht mein Vorhaben. Ich wollte eher einen allgemeinen Blick auf dieses Dokument werfen und Ihnen auch eher allgemein zusammenfassen, worum es in diesem Dokument geht. Und eigentlich wollte ich in diesen Kommentaren noch die Stellungnahme der deutschen Bischöfe hineinnehmen. In der Zwischenzeit hat sich aber gezeigt, dass vier Bischöfe oder Erzbischöfe, nämlich die vier üblichen, nochmal kritische Worte gefunden haben in einer gemeinsamen Presseerklärung. Und weil es jetzt also einige neue Dinge gibt, die in der Zwischenzeit passiert sind, würde ich das Ganze dann in einen eigenen Kommentar hineinnehmen, wenn Sie überhaupt Interesse daran haben. Ich würde dann auch die Aussagen des ZDK mit hineinnehmen, einfach damit wir dann das Präsidium des Synodalen Weges auch komplett haben. Also in diesem Video zunächst einmal die Zusammenfassung des Dokuments, eine allgemeine Einschätzung und auch die Frage, wie müssen wir dieses Dokument nun lehramtlich beziehungsweise kirchenrechtlich einschätzen, weil dort eben jetzt einiges an Unklarheit herrscht. Doch zunächst zum Dokument selbst. Dieses Dokument ist in fünf Kapitel gegliedert und in diesen fünf Kapiteln geht es jeweils auch um eine Form der Umkehr. Umkehr ist ein wesentlicher Bestandteil im Bereich der Synodalität. Im ersten Teil geht es um das Herz der Synodalität und dort geht es vor allem darum, dass man zu einer persönlichen Umkehr kommen muss und zu einer Umkehr, also der pastoralen Umkehr. Dieser erste Teil ist eine theologische Grundlegung des Prinzips der Synodalität. Es finden sich auch viele Formulierungen, die in den bisherigen Arbeitspapieren bereits gefallen sind, die nun in das Abschlussdokument eingeflossen sind. Also es wird zunächst einmal natürlich der ganze Synodale Prozess rückblickend einmal zusammengefasst, nochmal erklärt, worum es ging und vor allem, was man auf diesem Weg gelernt hat. Weil es in diesen fünf Kapiteln immer wieder um Umkehr geht und generell, wenn es um Synodalität geht, immer auch um Umkehr gehen muss, ist auch dies zum Ausdruck gebracht worden, liturgisch durch eine Bußvigil zu Beginn der Weltsynode, bei der man der Umkehr einen besonderen Stellenwert auch gegeben hat. Ob das allerdings so gelungen war, darüber lässt sich streiten. Viele haben sich darüber aufgeregt und haben gesagt, dass was man hier an Sündenkatalog aufgezählt hat, bei dieser Bußvigil, das waren keine klassischen Sünden, also keine Sünden im klassischen Sinn, wie man es erwarten würde, sondern dann waren das solche Dinge wie die Sünde gegen Synodalität oder gegen das Zuhören, muss man eher sagen. Die aufgelisteten Dinge sind natürlich auch zu beachten, also das, was da stand, war nicht falsch. Aber die Frage ist, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, diese zusammen mit den klassischen Sünden aufzuzählen. Vor allem, wenn es um die persönliche Umkehr geht, dann müssen wir uns vielleicht auch irgendwie am Dekalog orientieren, nicht nur an den Dingen, die da dann aufgelistet worden sind. Ein Satz, der in dem ersten Kapitel vorkommt, möchte ich Ihnen vorlesen. Wir bitten das Sekretariat, also das Synodensekretariat, weiterhin über die synodale Qualität der Arbeitsmethode der Studiengruppen zu machen. Worum geht es da? Es gibt ja zehn Studiengruppen zu verschiedenen Themen, erarbeiten in diesen Studiengruppen die Mitglieder etwas und das wird dann im nächsten Kalenderjahr zum Beispiel, was die Studiengruppe 5 anbelangt, vorgestellt, wo es um den Frauendiakonat geht. Ich habe Ihnen diesen Satz vorgelesen, weil er zum Ausdruck bringt, was ja nicht ganz so gut gelaufen ist bei der Weltsynode. Es heißt auch von konservativen Stimmen, dass das Thema Frauen doch eher unsynodal abgelaufen sei. Zum Beispiel, wenn man jetzt die Studiengruppe 5 einmal betrachtet, die sich dem Frauendiakonat und der Frauenfrage widmet und die eben aus Mitgliedern des Glaubens dekasteriums besteht. Es scheint hier eine Mahnung zu sein, für die es eben ein Negativbeispiel selbst bei der zweiten Sitzung der Weltsynode gegeben hat. Also ob das hier angedeutet werden soll oder ob der Satz schon länger feststand, sei mal dahingestellt. Es folgen insgesamt dann in diesem ersten Kapitel viele Zitate aus der Bibel natürlich und auch aus Lumen Gentium der Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, weil es hier einfach um ekklesiologische Aussagen geht. Also was die Kirche anbelangt, hier werden erstmal sehr viele Grundlagen gelegt, die Basis gelegt. Es geht um die sakramentalen Wurzeln des Gottesvolkes und davon ausgehend dann vor allem das gemeinsame Priestertum aller Getauften. Das ist nämlich die Grundlage für das Prinzip der Synodalität. Das hat es mit dem Sensus Fide, dem Glaubenssinn des Gottesvolkes auf sich. Und natürlich immer wieder auch so wichtige Mahnungen, wie zum Beispiel, dass man sagt, der Sensus Fide darf nicht verwechselt werden mit der öffentlichen Meinung, also das sei nicht dasselbe. Ich habe zu dem Sensus Fide, Fidelium, wie man ja eigentlich in der langen Form sagen muss, schon etliche Videos gemacht, immer wieder im Zuge des Synodalen Weges in Deutschland in Erinnerung gerufen. Das muss ich jetzt an dieser Stelle nicht nochmal erklären. Es werden natürlich auch die anderen Sakramente vor dem Hintergrund der Synodalität herausgestellt, wie vor allem die Eucharistie, die zur Einheit führt, zu einer Spiritualität der Synodalität. Dazu gibt es auch grundsätzliche Überlegungen, auch zum Aspekt der Prophetie, dass wir alle eben Propheten auch sind, durch die Taufe. Im zweiten Teil geht es dann um das Prinzip der Umkehr der Beziehungen, die die christliche Gemeinschaft aufbauen und die Sendung in der Verflechtung von Berufungen, Charismen und Diensten prägen. So heißt es in dem Dokument. Es geht da vor allem um die Beziehungen zu den Bedürftigen oder jenen, die sich aus welchen Gründen auch immer ausgeschlossen fühlen. Und da kommen dann so Aussagen, da schauen wahrscheinlich so einige ein bisschen genauer hin. Ich lese Ihnen an. Leider mussten andere weiterhin den Schmerz ertragen, sich aufgrund ihrer ehelichen Situation, Identität oder Sexualität ausgeschlossen oder verurteilt zu fühlen. Der Wunsch nach echteren und bedeutungsvolleren Beziehungen ist nicht nur ein authentisches Verlangen, zu einer eng verbundenen Gruppe zu gehören, sondern kann auch ein tiefes Gefühl des Glaubens widerspiegeln. Und dann geht es also darum, wie geht man mit diesen verschiedenen Personengruppen um, die eben betroffen sind. Um eine synodale Kirche zu sein, müssen wir uns einer echten, beziehungsorientierten Bekehrung öffnen, die die Prioritäten jedes Einzelne neu ausrichtet. Man muss aus dem Evangelium wieder lernen, die Pflege von Beziehungen nicht als eine Strategie oder ein Instrument für größere organisatorische Effektivität zu betrachten. Also wie wichtig Beziehungen sind, natürlich auch wie Jesus eben Beziehungen eingegangen ist, wie er mit Menschen umging, wie er Menschen zuhörte, allen aller Gruppen und gesellschaftlichen Schichten. Es geht in diesem Text auch vor allem um Männer und Frauen in ihrer Beziehung, wie wenig Frauen auch in vielen Bereichen der Kirche wertgeschätzt werden und wie das eben geprägt werden muss. Diese Sache mit der Willkommenskultur für Personengruppen, die sich ausgeschlossen fühlen, weil sie zum Beispiel durch ihr eigenes Handeln sich aus der sakramentalen Gemeinschaft herausgenommen haben. Das sehen deshalb viele vielleicht jetzt mit Argwohn, weil noch nicht wirklich was über den Inhalt ausgesagt wird. Also ob man die Bewertung dieses Ausschlusses, des sakramentalen Ausschlusses auch verändern muss, um eine bessere Beziehung zu ihnen zu erlangen. Das wird jetzt in diesem Text zumindest nicht klar und viele sagen, ja das ist auch wieder so wie beim zweiten Vatikanum, dass Texte geschrieben werden, in denen nicht alles genau und ausdekliniert ist oder nicht klar formuliert ist, sondern mit einer Offenheit, dass man alles hineinlegen kann. Das ist natürlich einerseits nicht gut, andererseits der Text ist schon so lang. Wenn man alles so ausdeklinieren müsste, wie lang wäre der Text dann? Hier geht es erstmal um die Beziehungen und weniger darum, was die Kirche vertritt. Also so zumindest der Kontext hier, ohne jetzt irgendwie den Text schönreden zu wollen, es wäre natürlich schon gut, wenn man einen Satz der Erklärung auch einbaut, damit zumindest jene, die sowieso immer mit einer hermeneutik des Verdachts diese Texte lesen, beruhigt sein können. Und gerade der Schmerz der Frauen, die sich ausgeschlossen fühlen oder nicht gewertschätzt fühlen, dieser Aspekt kommt sehr oft in dem Text. Man kann nicht sagen, dass die Frauenfrage nicht zentral gewesen wäre, aber es geht ja vor allem um die Frauen vor dem Hintergrund der Synodalität. In dem Kapitel geht es auch um verschiedene strukturelle Probleme, die von Ungleichheit geprägt sind oder natürlich auch um Missbrauch, weil das auch eine Sache der Beziehungen ist. Auch dort sei zuhören vonnöten, weil zuhören ein grundlegender Aspekt auf dem Weg zur Heilung, Reue, Gerechtigkeit und Versöhnung sei. In einer Zeit der globalen Vertrauenskrise, in der Menschen eigentlich immer in Misstrauen und Argwohn leben, muss die Kirche ihre eigenen Unzulänglichkeiten eingestehen, heißt es in dem Text. Also man kann eigentlich nicht sagen, dass die Weltsynode das Thema Missbrauch nicht in den Blick genommen habe oder hier irgendwas herunterspielt. Sie sagt selber, wenn die Kirche versagt hat, dann muss sie das auch ganz klar sagen. Sie muss demütig und Vergebung bitten, sich um die Opfer kümmern, für Präventivmaßnahmen sorgen und sich im Herrn bemühen, das gegenseitige Vertrauen wiederherzustellen. Und sehr gut zusammenfassend, also für dieses zweite Kapitel ist folgender Satz. Das Zuhören gegenüber denen, die unter Ausgrenzung und Marginalisierung leiden, stärkt das Bewusstsein der Kirche, dass die Übernahme der Last verletzter Beziehungen Teil ihrer Mission ist. Die Kirche tut dies damit, der Herr, der Lebendige, sie heilen kann. Im dritten Kapitel wird viel über die Charismen reflektiert, weil diese ja geschenkt sind zum Aufbau der Gemeinschaft. Auch hier wird viel über die Rolle der Frau reflektiert. Das kommt an vielen Stellen, weil die ganze Gemeinschaft der Gläubigen darunter leidet, wenn die Frauen nicht genug gewürdigt werden. Sie sind ja, die die Kirche vor allem tragen. Ich würde sogar noch mit diesem bösen Begriff hier kommen, die Frauen sind die eigentlichen Zugpferde der Kirche. Ansonsten werden Kinder, junge Menschen, Behinderte etc. angesprochen, ohne die Gemeinschaft ja nicht dieselbe ist und wichtige Akteure der Evangelisierung außer Acht lässt, weil diese gerade wichtig sind für die Evangelisierung. Es betrifft auch verschiedene Lebensstände wie die Eheleute und die geweihten Seelen. Und hier vielleicht noch zusammengefasst, die Sendung beteiligt alle Getauften. Die Sendung beteiligt alle Getauften. Die erste Aufgabe der Laien besteht darin, die irdischen Wirklichkeiten mit dem Geist des Evangeliums zu durchdringen und zu verwandeln. Der Geweihte wandelt die Gaben, die eucharistischen Gaben von Brot und Wein. Die Getauften wandeln die Welt. Nicht aus sich selbst heraus, sondern nachdem sie selbst den Herrn empfangen haben in der Eucharistie und dann ausgesandt sind zum Ende der Messe, um in ihre Kontexte zurückzukehren, in ihre Lebensumfelder, um dort ihre Leben, ihr Leben, ihren Alltag mit dem Geist des Evangeliums zu durchdringen und zu verwandeln. Sie sollen die Multiplikatoren dieser Gnade sein, die ihnen zuteil geworden ist. Es wird insgesamt auf die Stärkung des Laienapostolats gesetzt. In diesem ganzen Text und auch die Weltsynode hat es immer wieder in den Blick genommen. Es geht um die Getauften und ihren Sendungsauftrag. Zum Beispiel heißt es, eine synodale Kirche der Sendung würde mehr Formen von Laienämtern fördern. Das heißt, Ämter, die nicht das Sakrament der Weihe erfordern und dies nicht nur im liturgischen Bereich. Und das ist nicht zu unterschätzen, weil wir sehr oft gerade im deutschsprachigen Bereich eine extreme Weihefixiertheit beobachten, dass man meint, dass man nur dann wirklich etwas ausrichten kann, wenn man die Chance hat, also den Zugang zu allen Weiheämtern hat. Weil es da auch gar nicht um Evangelisierung in erster Linie geht, sondern um Macht, um Mitspracherecht, um kirchenpolitische Intentionen. In diesem Kapitel werden auch die drei Weihe-Stufen in den Blick genommen, vor dem Hintergrund des Gemeinschaftsaspektes reflektiert, weil natürlich auch diese dem Aufbau der Gemeinde dienen. In einer fruchtbaren Symbiose mit den Laien wird dann eine synodale Kirche aufgebaut. Was an Diensten vorgeschlagen wird in diesem Text, in denen vor allem Frauen zukünftig verstärkt Platz finden sollen, wird nichts genannt. Was nicht möglich wäre, muss ich sagen. Der Diakonat steht nicht dabei. Also der ist ja komplett ausgekoppelt, darauf geht der Text überhaupt gar nicht ein. Was erstmal noch nichts bedeuten muss, weil wir erstmal die Ergebnisse im nächsten Jahr abwarten müssen. Hier werden also vor allem nicht-sakramentale Ämter genannt, wie vor allem das Katechistenamt, das der Papst ja vor vielen Jahren schon angetrieben hat und das eigentlich viel zu wenig Resonanz bisher gefunden hat. Im dritten Teil mit dem Titel Das Netz auswerfen werden drei Praktiken identifiziert, die eng miteinander verbunden sind. Die kirchliche Unterscheidung, Entscheidungsprozesse und eine Kultur der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Evaluierung. In diesem Kontext geht es auch darum, Wege der missionarischen Transformation zu beschreiten, für die eine Erneuerung der Mitwirkungsgremien dringend erforderlich ist. Das ist ein spannendes Kapitel, weil dies, ja, was ich da gelesen habe, deutlich zu unterscheiden ist von dem, was Bischof Betzing schon vor Abschluss der Synode bei einer Online-Veranstaltung gesagt hat. Er meinte nämlich, was gerade zum Thema Entscheiden, die Weltsynode reflektiert, ist ganz nah dran an dem, was der Synodale Rat vorhat. Eine sehr steile These, die meines Erachtens nicht der Wahrheit entspricht und das sieht man jetzt einfach schwarz auf weiß in diesem Dokument. Ich habe zu dieser Online-Veranstaltung ein Video gemacht. Schauen Sie gerne rechts oben jetzt in der Infokarte, da habe ich Ihnen das auch verlinkt und auch unten in der Videobeschreibung. Was ist Umkehr in diesem dritten Kapitel? Da ist es vor allem eine Umkehr der Prozesse und diese Prozesse müssen von einer Äußerlichkeit bereinigt werden, die sie rein technisch werden lässt. Zum Beispiel heißt es, die Unterscheidung der Kirche ist keine organisatorische Technik, sondern eine spirituelle Praxis, die auf einem lebendigen Glauben beruht. Oder noch ein anderes Beispiel. Das Hören auf das Wort Gottes ist der Ausgangspunkt und das Kriterium für jede kirchliche Unterscheidung. Was hier angemahnt wird an dieser Stelle und an vielen weiteren Stellen in dem Text, ist eigentlich eine absolute Mahnung an die deutschsprachige Kirche. Ich habe sehr oft das Gefühl, und das hatte ich auch schon vor 16 Jahren, als ich meine Gemeindepraktika gemacht habe, vor dem Studium, die deutsche katholische Kirche leidet unter einer Geistlosigkeit. Also ich will es nicht verallgemeinern, aber ich sehe sehr, sehr oft diese Tendenzen, dass man doch sehr profan denkt, dass die Mitglieder profan denken, in dem, was sie planen, in dem, was sie gestalten, in dem sie sich einbringen in das kirchliche Leben, auf eine nicht-spirituelle Weise. Genau das, was eben fehlt und diese, also das Ganze so technisiert, dass man wirklich sich hinsetzt und drei Stunden irgendwas organisiert und das Wort Jesus kommt gar nicht vor, irgendwie das inhaltig da was reinkommen würde, fehlt einfach. Man merkt, dass da die Seele fehlt. Es fehlt manchmal einfach die Seele und dadurch natürlich auch die Strahlkraft nach außen. Es ist dann zwar ganz schön, wenn man dann irgendwie so einen Erstkommunion-Gottesdienst plant, der bombastisch ist mit allem, pipapo, aber es hatte vielleicht nicht diese missionarische Strahlkraft, die Menschen dazu zu bringen oder sie dazu zu motivieren, nochmal wiederzukommen. Uns interessiert vor allem, was über die Entscheidungsprozesse in dem Text steht, weil da die Deutschen ja jetzt geratet dabei sind, mit dem Synodalen Rat etwas zu machen, was über die kirchliche Lehre hinausgeht. Und es interessiert uns natürlich, was sagt die Weltsynode? Über Entscheidung wird ausgesagt, dass Entscheidungsprozesse und der eigentliche Akt der Entscheidungsfindung nicht im Konkurrenzkampf miteinander zu betrachten seien, sondern beide müssen fruchtbar miteinander zusammenwirken. Es heißt, aus diesem Grund ist es notwendig, Verfahren zu fördern, die die Gegenseitigkeit zwischen der Versammlung und der Person, die den Vorsitz führt, in einer Atmosphäre der Offenheit für den Geist und des gegenseitigen Vertrauens auf der Suche nach einem Konsens, der möglicherweise einstimmig sein könnte, wirksam machen. Es ist also wichtig, dass wir irgendwie von so einer sehr kontroversen Ausgangslage wegkommen. Es ist leider manchmal nicht zu vermeiden, aber es wäre natürlich optimal, wenn alle eines Geistes wären. Und es geht hier um die beiden Bereiche des Decision-Taking und Decision-Making. Das eine ist eben zur Entscheidungsfindung, also einen Prozess zu durchlaufen, in dem verschiedene Möglichkeiten reflektiert werden, alle möglichen Ansätze vorgelegt werden. Und der, der den Vorsitz führt, muss dann halt am Ende das letzte Wort sprechen. Und über folgenden Abschnitt haben mehrere Leute zu mir gesagt, dass den Laien mehr Macht zuerkannt werden würde, wenn das jetzt erlaubt werden würde. Und zwar, die Verantwortlichen sind in mehreren Fällen nach geltendem Recht verpflichtet, vor einer Entscheidung eine Konsultation durchzuführen. Diejenigen mit pastoraler Autorität sind verpflichtet, denjenigen zuzuhören, die an der Konsultation teilnehmen und dürfen nicht so tun, als hätte die Konsultation nicht stattgefunden. Daher werden die Verantwortlichen nicht ohne zwingenden Grund, der angemessen erklärt werden muss, von den Ergebnissen der Konsultation abweichen, die zu einer Einigung führen. Wie in jeder Gemeinschaft, die nach dem Prinzip der Gerechtigkeit lebt, besteht die Ausübung von Autorität in der Kirche nicht in einer willkürlichen Auferlegung des eigenen Willens. Vielmehr sollte Autorität immer im Dienst der Gemeinschaft und der Annahme Christi ausgeübt werden, der die Wahrheit ist, zu der uns der Heilige Geist in verschiedenen Momenten und Kontexten führt. Wie sehen Sie das? Wie kommt Ihnen das vor? Haben Sie das Gefühl, dass hier etwas Neues erlangt wird, weil hier eine Konsultationspflicht vorgeschlagen wird, dass zum Beispiel Pfarrer vor Ort, also auch jetzt formal verpflichtet werden, auf ihre Gremien zunächst einmal zu hören, bevor sie Entscheidungen treffen? Ist das nicht eigentlich schon Realität? Ist das nicht sogar so, dass viele Geistliche sich nach dem richten, was die Gremien sagen? Also quasi auch mit ihrer eigenen Meinung in den Hintergrund treten? Manchmal auch unter Druck? Ich meine, kein Bischof wird heutzutage absolutistisch sein Ding durchziehen. Eine andere Sache ist es natürlich, wenn ein Gremium total gegen die eigenen katholischen Grundsätze agiert und total etwas Verrücktes vorhat und der dem Bischof und dem Priester auf der Nase herumtanzt, sozusagen, und dieser dann Grenzen zeigen muss. Dann fragt man sich, was macht man dann? Selbst wenn man dann sich hat konsultieren lassen von den Gremien und dann doch eine andere Entscheidung trifft, hat dann das Gremium das Recht, sich zu beschweren und diesen Geistlichen anzuzeigen, beispielsweise. Und dann geht es um die Entscheidungsvollmacht des Bischofs. In einer synodalen Kirche ist die Autorität des Bischofs, des Bischofskollegiums und des Bischofs von Rom in Bezug auf die Entscheidungsfindung unumgehbar, da sie in der von Christus geschaffenen hierarchischen Struktur der Kirche begründet ist. Das ist eine fette Ohrfeige in Richtung katholische Kirche in Deutschland, die das jetzt zu untergraben versucht mit dem synodalen Rat. Und das heißt, sie dient sowohl der Einheit als auch der legitimen Vielfalt. Eine solche Ausübung von Autorität ist jedoch nicht ohne Grenzen. Das ist klar, man darf nicht absolutistisch handeln. Sie darf eine Richtung nicht ignorieren, die sich durch eine angemessene Unterscheidung innerhalb eines Beratungsprozesses herausbildet. Eine angemessene Unterscheidung. Das muss man betonen. Insbesondere, wenn dies durch partizipative Gremien geschieht. Es ist nicht angebracht, die beratenden und entscheidenden Elemente, die bei der Entscheidungsfindung eine Rolle spielen, gegeneinander auszuspielen. Noch einmal dieser wichtige Gedanke. Die dürfen sich nicht gegenseitig ausspielen. In der Kirche wird das beratende Element mit der Hilfe aller durchgeführt und niemals ohne diejenigen, deren pastorale Leitung es ihnen erlaubt, Kraft ihres Amtes eine Entscheidung zu treffen. Also die Geweihten. Es scheint, dass man die Autorität des Geweihten nicht antasten möchte in dieser Weltsynode. Ihn aber auch nicht im Vakuum schwebend sehen möchte. Schließlich könnte sowas wieder... Ja, und dann gibt es eben verschiedene Aussagen über Transparenz und Evaluation, Rechenschaftspflicht, diese ganzen Dinge. Interessant ist, dass man zum Beispiel das Beichtgeheimnis hochhält und es schützen möchte, vor allem vor dem Druck der Gerichtsbarkeit. Über die Evaluation gibt es auch einen sehr interessanten Absatz, können Sie gerne in Ruhe lesen. Da ist aber nichts, was jetzt irgendwie besonders heraussticht, das uns aufräuchen lässt. Sehr wichtig ist auch gerade mit Blick auf den angedachten Synodalen Rat in Deutschland folgender Satz. Eine Synodale Kirche basiert auf der Existenz, Effizienz und effektiven Vitalität dieser partizipativen Gremien, jedoch nicht auf ihrer bloßen, nominellen Existenz. Dies erfordert, dass sie in Übereinstimmung mit den kanonischen Bestimmungen oder legitimen Gewohnheiten und unter Berücksichtigung der für sie geltenden Statuten und Vorschriften arbeiten. Und noch deutlicher folgender Satz, darüber hinaus ist es von wesentlicher Bedeutung, dass sich die Gremien aus getauften Menschen zusammensetzen, die ihren Glauben im Alltag leben und die sich erkennbar für ein apostolisches und missionarisches Leben einsetzen und nicht nur diejenigen, die sich mit der Organisation des kirchlichen Lebens und der Dienste innerhalb der Kirche befassen. Viele werden sagen, das ist aber unrealistisch. Wir finden gar nicht die Menschen, die mindestens am Sonntag zur Kirche gehen, regelmäßig beichten gehen, die in der Bibel lesen oder sonst sich irgendwie bemühen, um die Gebote zu halten. Wir sind froh, wenn wir überhaupt Leute finden für den Vergemeinderat und Kirchenvorstand. Also ist das eigentlich nicht umsetzbar. Aber das sollte eigentlich unser Orientierungspunkt sein. Nur weil es so schwierig ist, Menschen zu finden. Wir denken, dass es so schwierig sei, weil wir die Menschen nicht sehen. Die gehen da auch ganz bewusst gar nicht hin, weil sie wissen, dass Konflikte vorprogrammiert sind und dass sie diese Kraft einfach gar nicht haben. Aber wenn man das richtig kommunizieren würde, dann würden auch mehr gerade junge Menschen kommen, die genau in diesen Bereich fallen und die wirklich etwas an der Kirche ändern wollen, die bereit sind, sich einzubringen. Wenn sie wissen, dass sie nicht die ganze Zeit mit dem Kopf durch die Wand müssen, weil sie auf Beton stoßen. Ich habe jetzt sehr lang über den dritten Teil gesprochen, einfach weil dort viele Dinge stehen, die von den deutschen Bischöfen und vom ZDK, vom Synodalen Weg wiederum vereinnahmt werden könnten. Es geht im vierten Teil mit dem Titel Ein reicher Fang darum, wie es möglich ist, den Austausch von Gaben und die Verflechtung der Bande, die in der Kirche vereinen, in einer Zeit, in der man sehr viel Individualismus und wenig Verwurzelung sieht, in neuen Formen zu kultivieren. Es geht da vor allem um die Umkehr in den Bindungen. Da wird unter anderem aufgegriffen, was bereits in den letzten Arbeitspapieren formuliert wurde, teilweise wirklich auch in der wörtlichen Formulierung das Plädoyer für eine Umstrukturierung von Gemeinden, dass man wegkommt von einem territorialen Denken hin zu einem Interessengeleiteten Denken aufgrund von erhöhter Mobilität. Menschen ziehen viel häufiger um, weil sie auch häufiger ihren Job wechseln, natürlich dann die Migration und das Thema Digitalisierung ist natürlich auch ein großer Faktor, gerade bei jungen Menschen. Also wie können wir Zusammengehörigkeit von Gemeinde umstrukturieren, dass man nicht mehr automatisch zu einer Gemeinde hinzugezählt wird nach Wohnort, sondern dass das Ganze eben eher Interessengeleitet ist. In dem Kontext geht es auch um ökumenischen Dialog, um interreligiösen Dialog, der die Bande der Einheit stärken soll, natürlich um Bischofskonferenzen und Kirchenversammlungen zur Gestärkung der Gemeinschaft auch zwischen den Ortskirchen. In diesem Kapitel gehört auch der Bereich der Dezentralisierung und auch das ist ein Aspekt, der eventuell von den deutschen Katholiken vereinnahmt werden kann, die ja immer wieder das zum Vorwand nehmen, ihr eigenes Ding durchzuziehen, eine deutsche Option zu entwickeln, wenn man sagt, ja, wenn die deutschen Bischöfe in ihrem Geltungsbereich auch durchaus ihre Vollmacht ausüben sollen und ihre Anliegen selber regeln sollen, dann machen wir das mal mit unserem Synodalen Rat. Es heißt ja immer heilsame Dezentralisierung und eine wirksame Inkulturation des Glaubens. Dazu sei es nicht nur notwendig, die Rolle der Bischofskonferenzen anzuerkennen, sondern auch die Institution der Partikularkonzilien, vor allem auch der Provinzkonzilien, der 50 Plenarkonzilien, dass diese ganzen verschiedenen Aspekte neu bewertet werden müssen. Es geht natürlich auch um das Verhältnis des Papstes zu den Gläubigen, zum Bischofskollegium. So heißt es unter anderem, der Bischof von Rom, der das Fundament der Einheit der Kirche ist, ist Garant der Synodalität. Er ist derjenige, der die Kirche zur Synodalität einberuft, ihr vorsteht und ihre Ergebnisse bestätigt. Als Nachfolger Petri hat er die einzigartige Aufgabe, die Glaubens- und Sittenlehre zu bewahren und dafür zu sorgen, dass die Synodalen Prozesse auf Einheit und Zeugnis ausgerichtet sind. Zusammen mit dem Bischof von Rom hat das Bischofskollegium eine unersetzliche Aufgabe bei der Leitung der ganzen Kirche und bei der Förderung der Synodalität in allen Ortskirchen. Wir sind gespannt, wie Synodalität gefördert wird in der katholischen Kirche in Deutschland, denn die deutschen Bischöfe haben ja durchaus ein anderes Verständnis von Synodalität. Grundsätzlich werden bestehende Strukturen zu einer synodalen Umgestaltung eingeladen. Das ist deutlich zu vernehmen in diesem vierten Abschnitt. Im fünften Teil, so sende ich euch, wird ein Bogen geschlossen, gezogen zum ersten Abschnitt, die Sorge um die Bildung aller des Volkes Gottes in der Synodalen Sendung. Hier klingen Dinge an, die ich übrigens im Buch von Kardinal Ouellet gelesen habe. Dazu habe ich eine Videobesprechung gemacht. Gerne können Sie hier jetzt rechts oben die Infokarte anklicken, wenn Sie das Video gerne anschauen möchten. Ansonsten habe ich den Link auch unten in der Videobeschreibung. Können Sie auch im Anschluss an dieses Video anklicken. Also da sind einige Aussagen, die ja vom Gedanken her hier auf jeden Fall eingeflossen sind. Da geht es zum Beispiel um die entscheidende Bedeutung eines eucharistischen Lebens für Synodalität. Es geht um die Ausbildung für eine missionarische Jüngerschaft, die umfassend und ganzheitlich sein soll, die Menschen verschiedener Lebensstände einbezieht, dass Menschen also auch gemeinsam ausgebildet werden sollen, nicht nach Lebensstand isoliert. Auch hier kommen viele Formulierungen rein, die bereits in den Arbeitsdokumenten der letzten Jahre drin standen. Insbesondere soll es vor allem um die Ausbildung zum Katecheten gehen und dass das besser ausgefeilt werden muss und ausgebaut werden muss. Soweit eine Zusammenfassung des Textes, damit Sie ihn nicht selber lesen müssen. Aber wenn Sie möchten, den Link zu diesem Arbeitsdokument, Abschlussdokument, können Sie in der Videobeschreibung anklicken. Ich möchte noch gerne einen wichtigen Aspekt in dieses Video mit hineinnehmen und zwar, wie müssen wir dieses Dokument einordnen? Das ist ein bisschen schwierig und es gibt verschiedene Ansichten und ich denke, die Zeit wird es zeigen, wie man die Geschehnisse richtig interpretieren muss. Wie so oft herrscht Uneinigkeit und Unklarheit und ich werde Ihnen gerne darlegen, was die verschiedenen Positionen sind. Was ist überhaupt los? Das Problem ist, der Papst hat zum Abschluss der Synode verkündet, dass er auf ein nachsynodales Schreiben, wie man es sonst von Synoden kennt, verzichten würde. Seine Worte spalten, weil nicht eindeutig ist, wie er sie meinte. Ich werde Ihnen gleich den genauen Wortlaut bringen. Viele sagen, er verzichtet darauf, weil das natürlich auch so die logische Konsequenz nach diesem Prozess ist, der Synodalität, dass er dann nicht quasi nochmal seinen Senf zum Abschluss dazu gibt. Aber ich muss sagen, gerade zur Synodalität gehört ja eine ausgewogene Synthese von Decision-Taking und Decision-Making. Meines Erachtens bleibt jetzt aber dieser entscheidende Punkt der Entscheidungsfindung dieses Abschlusswortes offen. Andererseits, so die Meinung anderer, würde dieses Abschlusswort nicht komplett wegfallen, sondern einfach aufgeschoben, wenn dann nämlich die Studiengruppen im nächsten Jahr ihre Ergebnisse bringen. Und dann kann der Papst immer noch lehramtlich relevant seine Machtworte dazu sprechen. Aber doch wollen wir doch zunächst einmal den Wortlaut uns genauer anschauen. Er sagte, deshalb habe ich nicht die Absicht, eine apostolische Exhortation zu veröffentlichen. Das, was wir approbiert haben, ist genug, sagte er. Es gibt bereits sehr konkrete Hinweise in dem Dokument, die ein Leitfaden für die Mission der Kirchen auf den verschiedenen Kontinenten und in den verschiedenen Kontexten sein können. Deshalb mache ich es sofort für alle zugänglich. Deshalb habe ich gesagt, dass es veröffentlicht werden soll. Das Problem ist nun der Begriff der Approbation. Hat der Papst den Text sich nun gleichsam einverleibt und macht die Inhalte somit zum Bestandteil des ordentlichen Lehramts oder nicht? Nochmal zur Erinnerung. Nachdem eine Bischofssynode getagt hat, die laut Paul VI., der dieses eingeführt hat, reines Beratungsorgan darstellt, schaut er passt, was er von den Ergebnissen im Abschlussdokument übernimmt und was nicht. Dies bringt er dann in einem nachsynodalen Schreiben zum Ausdruck. Dies fällt ja jetzt diesmal weg, weshalb nun die Unsicherheit besteht. Und es stellt sich deshalb die Frage, bezieht sich, was wir approbiert haben, der Begriff der Approbation, ich habe Ihnen den Wortlaut ja vorhin vorgelesen, darauf, dass der Papst diese Approbation vorgenommen hat. Das, was er vorher immer, also ein Papst vorher gemacht hat, im Anschluss an eine Weltsynode durch dieses nachsynodale Schreiben, oder meint es etwas anderes? Wer ist wir, was wir approbiert haben? Viele Traditionalisten und Papstkritiker verstehen es tatsächlich so, was ich zuerst gemeint habe und meinen, der Papst habe den Abschlussbericht zum Bestandteil seines Lehramts gemacht. So übrigens auch Kardinal Gregg, der ja Generalsekretär der Weltsynode war. Was ich auch interessant finde, weil er sehr oft auch kritisiert wird und gesagt wird, der hat sehr viel Dreck am Stecken und wenn er nun, ja, er das Interesse hat, dass die Weltsynode wirklich auch relevant wird, so relevant wie nur möglich, dann passt das natürlich dazu, dass er sagt, das ist Bestandteil des Lehramts. Es gibt aber einige Kirchenrechtler, die es anders sehen. Norbert Lüdecke meinte zum Beispiel, der Papst habe lediglich die Veröffentlichung des Berichtes erlaubt, das sei gemeint. Aber das erklärt nicht das Problem des Begriffs abprobieren. Und dann gibt es Heribert Hallermann, den ich auch schon oft auf meinem Kanal irgendwie thematisiert habe und der findet noch eine andere Erklärung. Er sagt, das letzte Dokument, was für die Bischofssynoden ja formuliert worden war, ist von Pals Franziskus Episkopalis Kommunio von 2018. Und dort ist festgelegt worden, das Schlussdokument nach Maßgabe des besonderen Rechts den Mitgliedern zur Approbation vorgelegt wird, für die im Rahmen des Möglichen eine moralische Einstimmigkeit zu suchen ist. Zum Ende der Weltsynode muss das Schlussdokument allen Mitgliedern vorgelegt werden und diese müssen die einzelnen Paragrafen approbieren. Das erklärt er in einem Beitrag, in einem Tagespostartikel auch, dass ein Tag vor Abschluss es zu einem Abstimmungsmarathon kam, dass alle 151 Paragrafen angenommen werden mussten. Und nun das Entscheidende, dieser Vorgang wird Approbation genannt. Das wird Approbation genannt. Nicht nur, was der Papst macht im Anschluss an die Weltsynode, dass er dann ein Schreiben veröffentlicht, wo er dann, ja, daran sieht man dann, was er davon aufgreift und was nicht, sondern auch der Vorgang während der Weltsynode wird Approbation genannt. Und das heißt in dem Schreiben von 2018 auch, dass wenn der Papst ein Abschlussdokument ausdrücklich approbiert, es Anteil am ordentlichen Lehramt habe. Darauf berufen sich jetzt auch viele, die das Ganze kritisch sehen. Die Weltsynode kritisch sehen, die Synodalität kritisch sehen, die Papst kritisch sehen und meinen, dass der Papst also das wirklich getan habe. Allerdings muss man schauen, laut Hallermann müsse das Ganze wirklich geschehen durch einen formalen Rechtsakt. Und das hat der Papst in dem aktuellen Teil nicht vorgenommen. Es kam nicht zu einem expliziten formalen Akt, in dem er das verkündet hat. Und Hallermann geht davon aus, dass viele Indizien dafür sprechen, dass der Papst mit seinen Worten das, was wir approbiert haben, nicht sich selbst meint, sondern die Übernahme des Schlussdokumentes durch die Mitglieder der Synode und deshalb die Wir-Form. Also die Approbation der Paragrafen. Und weitere Indizien würden auch dafür sprechen, dass er das meinte und das Dokument also nicht Teil des ordentlichen Lehramtes sei. Und zwar zum Beispiel die ausgekoppelten Studiengruppen. Die werden ja im nächsten Jahr ihre Ergebnisse liefern. Und das zeigt ja auch, dass das Schlusswort noch nicht gesprochen ist. Die Ergebnisse müssen erstmal abgewartet werden. Und was der Papst dann machen wird, das wissen wir ja noch gar nicht. Ob dann vielleicht ein lehramtlich relevantes, ob er dann einen lehramtlichen Akt setzen wird. Was also im Abschlussbericht vorgeschlagen werde, so Hallermann, würde schon allein durch diese Entscheidung, Studiengruppen aus, also zu bilden, nicht direkt umgesetzt werden können. Vielmehr scheine es so, dass der Papst seine lehramtliche Vollmacht erst im Anschluss an weitere Beratungsprozesse und die Ergebnisse der Studiengruppen ausüben würde. In einem weiteren Schritt werde ich dann so ein bisschen die Reaktionen der deutschen Katholiken, also die Bischöfe, die des ZDK und auch die Kritiker des Synodalen Weges zusammentragen. Und wenn sie das absolut nicht möchten und einfach gar keine Lust mehr haben, irgendwas über die Weltsynode zu hören, schreiben Sie das bitte in die Kommentare. Lassen Sie es mich wissen, damit ich weiß, dass ich mich nicht daran setze und lieber andere Themen auf meinem Kanal sprechen lasse. Aber Sie wissen ja, ich versuche mittlerweile so ein bisschen eine Ausgewogenheit zu erlangen, nicht nur Kirchenpolitisches zu machen, sondern auch grundsätzliche Glaubensthemen, die Ihnen eigentlich auch mein Herzenswunsch sind oder mein Herzensanliegen. Von daher seien Sie gespannt auf die nächsten Videos. Ich habe einiges vorproduziert und es sind viele sehr spannende Vorträge, viele auch sehr heftige Storytimes. Sie dürfen gespannt sein. Bis dahin wünsche ich Ihnen aber zunächst einmal alles Gute, Gottes reichen Segen. Seien Sie behütet und beschützt. Machen Sie es gut.